Liebes Kindlein, in der kalten Jahreszeit sind die Tage nur sehr kurz und die Nächte lang. Es wird früh dunkel und am Morgen geht die Sonne erst spät auf. Es ist die Zeit der Lichter. Wir schmücken unser Heim sehr gerne damit und bringen so das Licht zu uns. Du kannst auch eine kleine eigene Laterne basteln. Dazu brauchst du nur festes Papier mit Wasserfarben zum Beispiel zu bemalen. Und dann einfach nur zu einer Röhre drehen und gut zusammenkleben. Ein kreisrunder Deckel aus Pappe geschnitten wird der Boden und einfach unten an der Röhre festgeklebt. Und schon ist deine Laterne fertig. Du kannst nun zum Beispiel ein LED-Licht, so wie diese Lichter, hineinstellen. Und dann deine Laterne ans Fenster stellen. Alles Liebe, dein Weihnachtszwerg Ein Weihnachtszwerg Geschützwerg kick- und Vielen Dank.